allöchen freunde ja ihr habt jetzt was anderes erwartet bzw ihr habt schon was anderes erwartet ich bin hier gerade acht minuten zu spät zu meiner faktorio folge ich muss euch sagen ich habe meine termine leider total verpeilt und deswegen haben wir es nicht mehr zur aufnahme geschafft und heute hätte ich auch gar nicht da sein sollen weil ich auf dem lehrgang bin aber der ist heute leider ausgefallen und oder was heißt leider jetzt habe ich zeit für euch zumindest hier so ein info video zu machen und ja ich möchte mich erstmal dafür entschuldigen es kommt jetzt erstmal keine faktorio folge mehr wir werden versuchen und schnellstmöglich wieder ranzusetzen um für euch faktorio folgen wieder zu produzieren aber wir haben bisher noch keinen termin gefunden und geht mal davon aus dass jetzt mal so zwei drei vier folgen leider kein faktorio kommen wird ja ein sorry dafür und ich sage euch wir sind dran alternativ nehme ich jetzt noch mal schnell 1 2 3 folgen 7 days auf und danach werde ich bei twitch noch mal schnell reinschauen ich habe mich heute irgendwie bock zu zocken und ja warum auch nicht wenn ihr bock habt kommt mit vorbei ihr kennt den link twitch tv slash knichnet kriegt wahrscheinlich sowieso eine ankündigung wenn ich online bin aber guckt doch einfach mal vorbei ich denke mal so in ein anderthalb stunden wird es denn losgehen so 19 30 20 uhr werde ich dann mal twitch anfangen wenn ihr lust habt seid mit dabei und ansonsten freut euch auf die nächsten videos danke für euer verständnis auch darauf nun müssen nun 0 0 0 0 0 Untertitelung des ZDF, 2020